Hallo, heute möchte ich euch ein Instrument vorstellen, was hier in Deutschland von dem Klaus-Peter Konrad konzipiert und gebaut worden ist. Es handelt sich um eine Metallzungen-Trommel und diese Metallzungen-Trommel, die heißt Voabong. Diese Metallzungen-Trommel ist pentatonisch gestimmt und sie besteht aus mehreren Metallzungen und welche Töne da drauf enthalten sind, werde ich euch jetzt kurz erzählen. Der tiefste Ton, damit der Grundton, ist das D. Danach kommen die Töne in der Tonreihenfolge aufsteigend. Ein Gustav, ein Anton und hier oben ein Cesar. Weiter geht es mit der Oktave Dora, Friedrich, Gustav und das hohe A. Da sie pentatonisch gestimmt ist, kann man jede beliebige Reihenfolge nutzen. Man kann sie auch umdrehen und eine andere Reihenfolge spielen. In den nächsten Videos, wenn ihr euch die anschauen mag, sind Hörbeispiele, wo ihr euch dieses wundervolle Instrument anhören könnt. Es ist sehr mediativ und macht auch sehr viel Spaß, wird perkursiv gespielt und hat trotzdem Klang und Farbe dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und schaut noch schöne viele Videos. Bis dann, euer Sven. Ciao.